Yo, 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 moin, was geht ab ihr Lümmelt, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ranked, mit natürlich ist am Start auch wieder Space, yo, was geht, alias Mr. Jinxer, hey, 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 oder Mr. Trashtalk, ja, das passt besser, ja, ja, da gucken wir mal, ne, ob wir, äh, ob wir heute 3 and 0 rausgehen, oder ob wir am Ende wieder Karma fressen müssen, ey, 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 nee, nee, wir haben den nur gewinnen lassen, okay, oh, Leute, okay, das war ein bisschen laggy, aber, ich hab gedacht, der hat ihn gehittet noch, aber, gut, wie sieht das auf dem Replay aus, der hätte den eigentlich haben müssen, what the fuck, okay, Bisschen, ja, gutes Game halt, ne, ja, ich hab nur Boost, Wir haben uns den Boost genommen, oder? Oh, shit. Oh, ich muss den Dämonen, höchstens, schnell zurück, der Boost, jung. Deiner? Ja, ja, der, öh, der ist nicht viel. Ah, schade. Ich verbuscht. Ich auch. Okay. What the fuck? Oh, ich wollte den Boomsten. Nice. Ah, lol, ich dachte, du kommst mit. Ne, ne. Ich hab da nicht viel Boost. Was noch? Okay. What the fuck? Ja, rückwärts kann ich, Digga. Oh, der wäre drin. Ich bump ihn. Jawoll. Ich hab nur kein Boost mehr. Ach so. Mach Boost. Mach Boost. Oh mein Gott, der hat gefliegt. Mein Boost. Oh, lol, ich dachte, du pusht. Ne. Oh, lol, der hat eh gemisst. Wie soll ich jetzt die Tür ziehen? Okay. Deiner. Ach, fuck. Deiner? Ne, ne. Ne, ne. Bin nach vorne. Ach, scheiße. Alles gut. Du hast Zeit. Der kommt jetzt. Ich hab nicht so viel Zeit mehr. Oh. Ich bumm's hin, ich bumm's hin, ich bumm's hin. Oh, nee. Nein. Karma, Alter. Einfach Karma. Ich wollte den nur blocken. Das war auch close, Digga. Was? Oh, da. Der hat mich hochgenietet. Okay, nice. Ach komm, Digga. Ich hab's absolut gejogt. Nice. Deiner? Ja. Oh. Oh. Deiner? Hast Zeit? Ja. Ich schieße hier aber auch vor. Oh, das war ein Sinners. Watterfack. Was hat der denn? Ey, der fährt mich hinterher. Ja. Oh, das war ein Sinners. Ja. Oh shit, sorry. Alles gut. Oh man, ich wollte ihn passen. Nice. Oh, wie geht auch die andere Seite? Geil. Deiner? Ja. Nice. Oh. Easy Fake. Das war ein Mist von dem Typen. Ja, weil ich gefaked hab. Guck, siehst du? Da. Ah, da. Ah, scheiße. Okay, okay. Besser ist, Bitch. Du glaubst ja. Gut. Echt? Tych! Ich hab so gehofft, er will pushen, Alter. Und dann macht mein Touch seinen Plan kaputt. Ach, fuck, Digga. Also ich war zu spät. Boah, ein bisschen zu hoch. Ich geh zurück. Jo. Bin auch schon auf dem Weg. Okay, Digga, wohin geht's mit dem Ball? Er macht Tokio Drift, Alter. Oh nein, er hat echt so geduldig gewartet. Ja. Mit? Ja, ich hab Zeit. Ah, shit. Aber egal, er passt. Oh nein. Alles gut. Ich hab den Händen. Okay, ja, egal. Der ist zu schwul. Deiner. Rechts. Links. Das ist mein Bid. Ah, shit. Ja, er hat's gelesen. Was jetzt auch nicht sonderlich schwer war. Oh, Mann. Ich hatte den fast. Na, scheiß lange Hitbox halt, ne? Oh, das war close. Close, close, close. Bam, oh. Nice. Wo ist der Typ? Oh, Deiner, bitte. Deiner, bitte. Nein. Nein. Oh oh. Ah ah. Alles gut, ich hab ihn. da rein genommen. Was ist der? Ah, komm. Recovery. Oh, okay. Ich hab ihn da reingebaut. Was ist der? Was macht der? Er wird rebloot. Oh, okay. Ja. Schade. Nee. Der war viel zu langsam. Hm, der ist da. Oh, komm verkackst. Ach, du Bude. Ach, shit. Nein, nein! Why? Ah, Space übernimmt das mit dem reinmachen. Ich wollte den rauspinschen, aber als ob der dann gedroppt ist. Ah, schade. Ach, komm. Naja, alles gut. Ist das das erste Game hier, oder? Das war das erste Game in der Folge, ja. Ist egal, wir machen jetzt die anderen beiden noch Wins und dann ist gut. Dann haben wir das komplette Gegenteil von der Folge davor. Mit zwei Wins angefangen und dann noch ein Loss rausgeholt. Ja, das ist besser, wenn wir drei Wins rausgeholt hätten. Ja, das stimmt. Ja, oder egal. Silver 1 Tournament. I think... I mean... What? Tournament Winner in Silver. Ah, ja. Das glaub ich dem. Er boostet seinen Freund, glaub ich, oder so. Oh, no. Oh, shit, egal. Wir gehen auf irgendwas da. Ach so. Oh, gut. Oh, gut. Oh, als ob ich straight auf den geschossen hab. Gibt's da nicht. Ich hab... Oh. Irgendwo. Weg vom Gegner. Oh, der geht ja gar nicht, egal. Ich bin da aufs Versehen. Jump. Nice. Auf der Freundschaft. Du hast den... Nicht. Beste. Ja, das war mein Bad. Ist gut. Ja, wir hätten auch nicht da bekommen können. Äh, müssen. Oh, Dick. Wieso kack ich so rein bei den Double Thraps? Warm Up. Jawoll. Easy. Das ist noch verrückt, oder? Nee. Ja. So macht man das. Ja. 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 Versuch. Ja. Ja, wer hat denn noch? Ja. 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 Ja, ich hab' den uns platziert. Aber ein bisschen whack. Ich wollte den hier ein bisschen stärker reinmachen. Alles gut, hat gepasst. Rechts. Okay. Und nicht. Hast du jetzt stirb gesagt? Was? Hast du jetzt gerade stirb gesagt? Nein, ich habe... Ja, man. Hätte doch kurz denken können, so stirb. Okay. Das ist aber ein schneller Vorfit. Easy. Lutschau. Gut. Ich will noch einen gewinnen. Ja. Das ist der Plan. Du kennst ja No Man's Sky, ne? Hast du das gespielt? Nope. Magst du solche Spiele nicht, oder? Nee, das ist mir viel zu viel, äh, Erkunden. Du hast ihn nicht. Nee, ich hab den, äh, Shitflip, beziehungsweise ich hab gar keinen Flip gehabt. So, ja, weil die Macher von den Games machen diese neue Spiele, was auch so ähnlich sein sollen, das sieht ziemlich cool aus. Oh, okay. Ich hab mal hier mal ein Video von No Man's Sky gesehen, aber ich kann damit nix anfangen. Ich hab den, äh, ich hab den. Ich hab nur Wust immer noch. Mhm. Tschüss. Hab ich nicht... Loin. Moment, ich hab den. Loin. 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 Digga, auf einmal tatscht den nochmal. Ich so, what the fuck? Ja, das hab ich auch nicht erwartet tatsächlich. Deswegen hab ich gesagt, ich hab den nicht. Ich hab mich aber mit den letzten Pixeln getraut. Aber ohne Scheiß, Alter. Wirklich auf letzter Rille noch den Ball getatscht, ey. Ich bin rechts. Hm. Aufschlitt. Ah, ich hab... Ich wollte den flippy setzen, aber dann hab ich... Okay, interessant. Okay, wir kommen jetzt so schlechte Gegner, ey. Naja, ich bin halt, glaub ich, gerade C2, Ende C2. Oh. Ich hab erst überlegt, den Selbstrein zu machen, dann hab ich so, ja, nee, komm. Ich hab boosht, jetzt hab ich boosht. Oh my god. Ostseid. Jut. Hab ich? Als ob. Ach, okay. Nice. Ich hab null, though. Ich hab's ganz... Okay. Oh mein Gott. Aua. Ey, Boos ist nicht gespawnt, Mann. Ich hasse es. Ich hab... Ich hab den gerade genommen. Ach so. Frech. Schämst du dich nicht? Ey. Okay. So. Ich holge dir. Mhm. Ach, den nicht. Wieso gehst du nicht drauf? Fake mich doch nicht. Mhm. Cringe. Der Nullboost. Der Nullboost. Schießt. Hat ihn nochmal. Dann noch? Oh. What the fuck, was ist, Digga? Ich hab ein Flip-Reset davon bekommen. Was? Wie? Ich bin unterhalb. Ich hab den Ball umarmt. Shit. Ja, war der Plan. Mann. Oh, der hat den Mist gekriegt. Meine Leise. Oh, oh. Hast du? Cool. Nee. Ah, Digga. Wie ist das denn so toxic? Ich bin rechts. Als ob der das spawnt. Was ist denn da? Okay, jetzt bin ich drin. Ach, komm. Das ist du. Ja. Du fließt. Ja, es tut mir leid. Tschüss. Wolltest du nicht selbst reinmachen, Bro? Ja, es muss, Digga. Okay. Bisschen Content. Okay, okay, okay. Ach, komm Digga. Was ist das? Boost. Lennar. Oh, zu stark. Sorry. Hab ich. Lennar, nochmal. Oh, du gehst auf Boost, Digga. Ja. Ich hab gedacht, du hast den. Jetzt hab ich den nicht mehr, Digga. Ich hab nur Boost. Warum? Woom. Ich hab übrigens keinen Boost, ne? Ja, gut. Ach Digga, ich sollte aufhören, den wegzuschießen. Ich bin komisch. Ich bin komisch. Nice. Let's go. Oh mein Gott. Ein bisschen zu stark gefällt. Alles gut. Easy. 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 Ich muss nur den Bitch ein bisschen drehen, alter. Total schräg drauf. Oh mein Gott. Alles gut. Oh. Fake. Ich hab ihn absolut genisst. Nice. No, I'm not. Ich hab ihn. Na? Das ist ein Seiner. Mhm. Nice. Ah. Was hast du denn? Was hast du denn? Ja, ich hab's mit meinen Clip hab ich verkackt. Oh, du hast den. Was hast du denn? 10 Schüsse. What the fuck? Ach shit. Oh. Nice. Digga, ich seh deinen ersten Schuss. Ich so, Bro, kannst du vielleicht ein bisschen stärker schießen? Nur ein bisschen. Sonst respawnt er doch. Hat der mit Absicht gemacht, der Junge. So ein toxischer Bastard, ne? War das eigentlich Match 2 oder 3? War 3, ne? Ich glaub das war 3, ja. Ja. Gut, Leute. Dann werden wir jetzt Feierabend machen. Und in der nächsten Folge von Ranked seht ihr, wie's weitergeht. Bis dahin, haut rein. Peace. Peace. Choose Tide. Vielleicht, wir Bueno. Opinion. Ja, wird finally belong. Hoca. been MAN. Hier distancing. Das war nicht land. sufficient. Die muss raus sein.